Ja, wollen wir so eine gestopfte Ton eigentlich machen oder nicht? Jetzt kannst du das. Nee. Ihr verkauft jetzt immer ganz normal. Ey, da will ich noch einen LKW klauen. Loll. Wend! 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 Mach doch Platz dann! Warum Wend? Was ist denn jetzt? Oh, ach du Scheiße. Null. Was habt ihr gemacht? Yo! Auf... Aufnahme? Aufnahme abgespeichert.